Irgendwie ist Reicho ein bisschen zu gelb, oder? Ich hab Reicho-Orangen in Erinnerung. Irgendwie ist Reicho nicht gelungen, finde ich. Ich hätte Pikachu behalten sollen. Hohen wir einen Donner rausholen. Komm, holen wir einen Donner raus. Verdammt. Ich will einen Donner haben. Ich will einen Donner haben. Hör doch auf, das abzuwehren. Ja, klar, Reicho bessere Werte, aber... Grafisch umgesetzt ist er nicht perfekt. Reicho ist von der Farbe her eigentlich ein bisschen orangener. Habe ich das Gefühl. Aber naja, egal. Leben wir mal mit. Habe ich halt ein besonderes. Findest du nicht auch, dass er aus sich bewundernswert ist? Nee, finde ich nicht so wirklich. Gab es hier nicht ein Poker-Center? Mein Lieblings... Ich hab kein Lieblings-Pokémon. Also so richtig, wo ich sagen würde, das ist mein Lieblings-Pokémon, habe ich nicht. Ich hab da keins. Ich weiß, dass es kein Shiny ist. Mensch, Leute. Favoriten habe ich auch nicht. Ich mag Glurak. Sagen wir so, ich mag Glurak. Ich mag Glurak. Ah, Glurak ist cool. Glurak würde ich schon zu meinen Favoriten zählen. Nefias, ich komme auch mit. Ach, nein. Als ich im Labor war, haben mich die maskierten Helden darüber unterrichtet, was hier gerade vor sich geht und vor allem, was Team Flair mit der ultimativen Waffe vorhat. Los, lass uns Team Flair... Ach was, lass uns VD selbst das Handwerk legen. Denn trotz all ihrer Fehler und Unzulänglichkeiten hat diese Welt es verdient weiter zu existieren. Aha. Wee. Ähm, push the button. Okay. Oh Gott, muss ich gegen alle kämpfen? Ich will nicht. Hallo, Flordelis. Guck mal, voll Panty-Shot. Ne, doch nicht. Die ultimative Waffe ist wie eine Blume aus dem Boden gesprossen, steht nun in voller Blüte. Ist ihre Schönheit nicht einfach hinreißend? Und während wir hier sprechen, bezieht sie Energie von legendären Pokémon. Wir werden nicht zulassen, dass du die ultimative Waffe einsetzt. Obwohl Ressourcen, Platz und Energie auf dieser Welt begrenzt sind, wird sie inzwischen von viel zu vielen Menschen und Pokémon bevölkert. Wer von anderen Geld und Energie raubt, ist im Vorteil. So läuft es leider auf der Welt. Oh, es gibt dir noch lange nicht das Recht, alle bis auf die von dir auserwählten auszulöschen. Lasst mich euch eine Frage stellen. Ihr besitzt genau einen Megaring. Habt ihr ihn miteinander geteilt? Das ist doch etwas völlig anderes. Wir haben um ihn gewetteifert, aber wenn es von irgendetwas nur ein Exemplar gibt, dann kann man es nicht teilen. Wenn man etwas nicht teilen kann, dann will man es für sich haben. Wenn man etwas für sich haben will, dann bekriegt man sich deswegen. Letzten Endes gibt es nicht genug für alle. Es gibt nur einen Weg, eine Welt zu erschaffen, in der es genug für alle gibt, in der das Leben schön ist. Man muss ihren Bewohner reduzieren. Was ist mit den Pokémon? Blablabla. Oh, er weint. Du weinst ja. Warum? Pokémon dürften nicht mehr existieren. Sie sind wundervolle Geschöpfe. Fuck Logic. Mensch und Pokémon sind Hand in Hand gegangen und haben zusammen so viel erreicht. Aber genau deshalb werden Pokémon unweigerlich als Werkzeug zum Streiten und Rauben benutzt werden. Das reicht jetzt. Ihr wollt die ultimative Waffe aufhalten und ich werde das nicht zulassen. Das einzige, was wir tun können, ist kämpfen. Kämpfen. Okay. Homba Florene ist mal ein Sack, der seinen Pokémon in Mega-Entwicklungen schicken kann. Hallo, Wischu. Na, was geht's? Fliegen. Oh, way. Ich hoffe, es ist schnell kaputt. Gut. Es war schnell kaputt. Prigauran. Ich war jetzt kurz verwirrt. Ich dachte, Garados. Garadosch. 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 Raichu. Wie eine dramatischere Musik hat als die Arena-Leiter. Das ist so schlimm. Sein Spielstand kann man löschen, indem man auf dem Steuerkreuz nach oben drückt und B und X, wenn man das Spiel startet. Dann wird euer Spielstand gelöscht. Yes. Yeah. Uh. Das war ein Garados. Fiaro war so Stahlflüge zu erlernen. Uh. Warte mal. 70, 90. Blut. Wobei, Blut? Blut ist spezial und Nitroler dann war physisch, ne? Nee, dann was mal. Ja, aber Blut. Ach, zu spät zu Not habe ich noch Flammenwurf als TM. Hast recht. Wenn ich noch eine Feuertacke brauche. Pyroleo. Äh. To talk. Anspannung. Ich weiß, dass man TM's unendlich mal nutzen kann. Deswegen sage ich ja, zur Not habe ich eine TM. Was ich eine sehr gute Änderung fand. Das war früher sehr nervig, wenn man einen TM nur einmal benutzen konnte. So. Hui. Kaputt. So. Kommt doch noch irgendwie so ein Ober-Pokémon von dem. Oder habe ich jetzt alle schon weg von ihm? Kramschiff. Was ist Kramschiff? Was ist Kramschiff? Ich lasse einfach Matur-Talk drin. Ach, ein Flug-Pokémon. Okay. Das ist ein Schiff. Das ist so die Weiterentwicklung von Kramurx wahrscheinlich, ne? Hätte ich auch drauf kommen können. Vom Namen her. So. Die Kraft, sich für eine Sache einzusetzen. Aber wofür setzt du dich ein? Für eine Zukunft, die nur noch schlimmer wird als die Gegenwart? Japp. So. Japp. Genau. Genau das. Beeindruckend. Du bist wirklich stark. Aber du kommst zu spät. Es gibt jetzt keine Hoffnung mehr. Geh runter in den untersten Stock und sieh es dir mit eigenen Augen an. Es ist überhaupt nicht zu spät. Geben wir das legendäre Pokémon suchen, Nephi. Ein starker Trainer lässt dich nur von seinen Pokémon beschützen. Sondern beschützt diese umgekehrt genauso. Sieh nur, da hinten geht es runter zu den anderen Stockwerken. Und hier geht es zum Speichern. Ich habe übrigens vorhin nach der Spielzeit gefragt. Ich habe jetzt 24,46. 24 Stunden. Einen Tag habe ich schon gezeigt. Oh mein Gott. Wollen wir uns. Hör auf mich zuzulabern, dann würde das auch schneller gehen. Oh. Wir müssen euch bitten umzukehren. Weiter unten befindet sich schließlich das legendäre Pokémon. Warum erzählst du denen das? Ich fasse es nicht. Wie kann man so blöd sein? Oh. Duo Kämpfe. Kliss. Ja, natürlich. Gehen die mir jetzt alle auf den Sack? Ich habe Flordelis doch schon auf den Kopf gehauen. Ich denke mal, Flordelis kommt nochmal, ne? Weil ich habe seine Megaentwicklung jetzt noch nicht gesehen. Und ich denke mal, das wird ein bisschen zwanghafter angekündigt, wenn er die nutzt. So, voll süchtig. Und hier hat der DS wieder seine Slowdowns. Ich weiß nicht warum. Das ist voll schlimm. So, machen wir einmal Kleopada kaputt. Wow. Mädel, du solltest an deinem Ziaugon arbeiten. Oder vielleicht doch nicht. Hast du gut gemacht. Es war mir klar, dass das nicht der letzte Kampf gegen ihn gewesen sein wird, weil... Dafür war der zu leicht, irgendwie. Fliegen? Danke. Boom, boom, boom. So. Dankeschön. Kann die mich heilen? Die andere konnte das. Kannst du das auch? Wieso konnte die andere das? Nein, hier kommen doch noch mehr Rübels. Oh, noch mehr. Genau, ich gebe den. Ich habe den einzigen 3DS-Semulat, den es gibt. Der 3D-Modus ist aus. Blue Look. Es bringt mir gerade nichts, auf 3D zu spielen. Es ruckelt auch ohne 3D. Und bin ich nicht der Einzige, der das schon gemerkt hat. Es gibt mehrere, die das schon gemerkt haben. Ich habe den 3D-Modus gerade anzuhaben, bringt gerade wirklich nichts. Weil im Kampf ist der 3D-Modus eh nicht vorhanden. Von daher... ...wain. Denn in den Kämpfen ist kein 3D-Modus. Ich bedrohle es nochmal. Für Leute, die es jetzt nicht... ...bevor die Leute nochmal nachfragen. Das müsste es doch eigentlich tun, oder? Nee, natürlich nicht. Ich hoffe, Absol tut das Übrige. Aua, das tat weh. Oh. Ich überlebe und Absol nicht. Was ist das denn? Wieso ist jetzt die Auge wieder voll? I don't know. So. War sie ein Pokémon-Center zwischendrin, oder was? Ach, so. Komm, heil mich jetzt. Du kannst das. Ich weiß das. Du willst mich... Du magst mich nur nicht, ne? Die will mich nicht heilen. Sie hackt. Genau. So. So. Ihr seid doch Feinde. Ja, wir arbeiten gerade zusammen. Da kann sie mal ruhig was für mich tun. Das klingt falsch. Nephi, Serena, wie kommt die hier rein? Ich glaube, ich spinne. Was machst du denn hier? Es tut mir leid. Ich weiß ja, dass ich euch ein Klotz am Bein sein werde. Aber wir sind schließlich Freunde und Freunde lassen einander nicht im Stich. Außerdem kann ich die Pokémon heilen und du nicht. Es tut mir leid. Du hast dich bisher durchgeschlagen, obwohl es so gefährlich ist. Ich habe deine Gefühle nicht berücksichtigt. Du hast recht. Wir sind Freunde und sollten zusammenhalten. Sie kann mit uns kommen, nicht wahr? Natürlich, sie kann Pokémon heilen. Hoffe ich. Ich wusste, du würdest nichts dagegen haben. Nephi und ich gehen vor und du kommst nach. Okay? Okay. Heilst du mich jetzt? Kannst du heilen? Ah, du kannst es erst. Wofür kann ich dich eigentlich gebrauchen? Wofür habe ich eigentlich ja gesagt? Es gibt doch wieder nur Probleme. Unser großartiger Plan ist noch nicht aufgegangen. Wir können uns keine Unaufmerksamkeit erlauben. Flair! Flair! Team Flair! Was zur Hölle? Wenn gleich die anderen beiden auch noch kommen, werde ich böse. Das nützt doch nichts. Fram Drops! Oh Gott. Das ist in den Doppelkämpfen noch schlimmer. So. Das war auch gerade, glaube ich, übersteuert. Oh, ist mir egal. Das vierte Ending. Genau. Und ich hätte eine Fee bekommen. Wahrscheinlich. Wieso machst du sowas? Mach Attacken, die Aua machen und nicht sowas. Mädel. Aua. Ja, sowas. Mach zwar auch nicht richtig Aua, aber... Naja. Besser als nix. Yay. Dödödödö. Ahahahahahahahahaha. Kann mich wer heilen? Bitte? Ich will jetzt nicht einmal eine Tränke verschwenden. Außerdem kommen jetzt wieder Rüpel. hier noch keine aber hier nochmal hinter der tür ein elektrisches schloss was machen wir da das hier könnte vielleicht nützlich sein wenn man bei einem rätsel nicht weiterkommt löst diese maschine ist für ein ich habe sie von citro bekommen sie funktioniert allerdings nur ein einziges mal elektrische schlösser und rätsel sind ja im prinzip das gleiche oder das schloss ist aufgegangen und die maschine ist wirklich hinüber aufs andere du zieht aus maschine ihr seid ihr wollt auf jeden fall eigene art sehr beeindruckend hier sind wir also endlich da drin ist das legendäre pokémon helfen wir ihm moment bin ich gespannt ich bin gespannt jetzt kommt ein vierstündiger puzzelfahrt das ist der am tiefsten gelegenen punkt der basis irgendwie bekomme ich kaum noch luft hey ist dieses kokon ähnliche ding dort das legendäre pokémon sieht nicht so aus als wäre es am leben holy fuck wo kommen die denn her es geht euch überhaupt nichts an die ultimative waffe hat bereits 99 prozent der energie des legendären pokémons absorbiert aber wir sollten kein risiko eingehen und sicherheitshalber diese belga fertig machen oh nein sie wollen uns an den kragen hilfe ich will ja weg hinterher osana ich hätte bedenken können dass das wieder passiert nie wer es dir überlasse ich dir ich pass auf das dann nicht zu stürmen was ich hätte diese kinder nicht unterschätzen dürfen schließlich haben sie es bisher ja geschafft und zu spalten war zwar kein ausgefallen aber dennoch sehr nützlicher trick dieses mädchen hat was drauf okay nur gut du denkst also du kannst uns besiegen weiß ja nicht muss jetzt gegen vier kämpfen misst man kann nicht über die kabel laufen fahr durchgehen hier ich will dich hier wenn ihr glaubt ihr könnt jetzt noch team flair weitringen treten habt ihr euch geschnitten okay machen wir erst den vorstand wird das anstrengend wenn ich echt alle vier besiegen muss da hätte ich einen doppelkampf gehabt schade also hat es doch eine auswirkung gehabt cool aber finde ich gut dass es sowas gibt war ja klar will ich ein stück vom kuchen kuchen ist cool der vorstand der hinten stand genau muss alle bekämpfen game plus und dann dich jetzt machen wir die altbewährte taktik fliegen 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 weil dann sind die schnell kaputt weil andere sachen möchte ich bei denen gar nicht machen die sind viel zu nervig ist ich kann die pokémon nicht mehr sehen von denen da 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 du klösterreich level 45 was versuchst du zu lernen eisenschädel was ist denn eisenschädel sie wird durch stahl hat den kopf des anwenders getroffen und schreckt eventuell zurück ähm es ist also die stahlkopfnuss lol abgangstirade welcher kopf der schwert kopf der schwertgriff was ist das schüchter das ziel mit einer abgangstirade ein so dass dessen angriff und spezial angriff wert sinken danach wird der anwender ausgewechselt lol lol nein pokémon wechseln riggeron bis im schuss echt in guter verteidigung ja mach nur donnerzahn das tut jetzt nicht so weh was soll das denn warum wärst du das ab ey brüll mich doch nicht weg hallo Raichu na was geht auch mal hier na komm mach nen Donnerwitz wenn schon denn schon dann lassen will ich auch drin du 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 was das yay Dich auch noch? Oh, ey. Ich hätte, glaube ich, doch lieber den Doppelkampf gehabt. Was ein Shit, ey. Ich hätte doch den Doppelkampf nehmen sollen. Also, ich hätte sie nicht mitnehmen sollen. Warum nehme ich die auch immer mit? Warum hatte ich die Hoffnung, dass die Heilkräfte hat? Der Vorstand der Links. Ah, okay, ich höre schon auf. Hör auf zu horten. Das ist eine doofe Attacke, vor allem, wenn du sie gegen mich anwendest. Oh Gott, ist diese Attacke doof. Hoffentlich macht er nicht noch... Ja gut, einmal horten kann er noch. Solange er immer angreift, bin ich. Der heilt sich. Bitte was? Auf den Horta kann man sich auch heilen? Da fuck. Horta ist ja voll die Wisch-Attacke. Ich mache mehr Stahlflüge so bei dir. Nicht viel. Dann hätte ich noch drei mehr Gegner gehabt. Ja gut, dann ist das, glaube ich, jetzt die beste Lösung gewesen. Gott. Die müssen den Kampf unbedingt voll in die Länge ziehen, ja? Vor allem mit Schluck... Schluckwächs. Die überhaupt nicht nervig sind. Die sich immer hochwaffen. Hörst du doch mal auf jetzt? Gott. So. Vielen Dank. Zum Glück haben die nicht viele Pokémon, aber immer so nervige Viecher. Und dann gehen wir jetzt noch zum Letzten. Und dann kommt noch Flor Delis. Oh, drei Gegner mehr. Stimmt, die sind ja rausgegangen. Hast recht. Flor Delis kommt ja auch noch gleich. Also, ich denke mal, dass der kommt. Tagchen Nephias. Ja, bei mir ist alles fit. Alles, alles fit. Nimm mich Spoiler doch nicht, Mann. Das war eine Vermutung. Wenn ich was vermute, ist das kein Spoiler. Wenn ich richtig lege, ist das auch noch kein Spoiler. Solange ihr es nicht bestätigt. So. Akrobratik. Fine. Macht mir doch nicht so viel Auer. Und wir fliegen einmal, sonst macht der mit zu viel Auer. Ach, fuck, der ist schneller. Moin. Wieso ist das Vieh so schnell? Warum ist das Vieh so schnell? Haus kaputt. Ich sehe es schon kommen. Irgendwann ist meine A-Taste am 3DS kaputt. Wenn ich da ständig drauf drücke. Bup, 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 bup. Du hast es heute so mit doppeldeutig oder Themen-unbehind. Was? Unmöglich. Das kann einfach nicht wahr sein. Unmöglich. Meister Flor Delis bericht. Unruf Verstärkung. Nein, ich will jetzt diesen Knopf drücken. Moment. Ach, The Man Behind. Ach so. Ich hab... Weil du das klein geschrieben hast, war das ganz komisch jetzt zu lesen. Ah, okay. Alles klar. Okay. Nichts gesagt. So. Speichern. Das ist bei 25 Stunden. Wupp, wupp. So. Knack. Oh, oh. Das ist bei 25 Stunden. Oh, oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020